Cool. Nein, nicht so in den Tierladengeschäft mäßig hier ein. Da, 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 da. Das ist ja selbstkritisch, das ist schon mal ganz gut. Ähm... Oh, das wird teuer. Nein, warte, das kommt nicht. Bevor ich... Ja, das sollte gehen. Sicher doch. Ich würde dich eben bitten, die Rechnung zu begleichen. Ist auch ganz cool. Was hast du denn jetzt? Weiß auch nicht. Das weiß er selber nicht so ganz. Da ist ein Bäumchen. Da ist ein Bäumchen. Da ist ein Bäumchen. Da ist ein Bäumchen. große bau so war und garten macht sich so lang so ein bisschen und moment leute 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 habe ich schon wieder was angestellt habe ich schon auch leute das habe ich nie im name angeklickt ja gleich zwei stück auf einmal ihr habt es noch einmal genau wie du habe auch ich mit ich musste ich hoffe ich wünscht wir haben noch ein du wirst ja mal eine behaltung kaufen war zwei stück verschwendet hier danke die hofers aber kapiert es noch nicht so ganz genau so war meinst du fertig okay das sieht cool aus ja das ist super ich finde das haus so toll von denen sieht so schnuffig aus da haben wir wenigstens platz für das meer das ganze ergebnis auf dem semmel ich muss wissen was du jetzt noch mal brauchst wasser hier hin könnte war ein bisschen die richtung hier und nochmal als nebeninformationen wenn ihr musik habt die hier gerne macht werbung mäßig ein bisschen verzeihen wollt dann schnuffig in die kommentare sagt mir welche musik ich verwenden darf und ich werde sie mir dementsprechend besorgen und dann werde ich sie hier drinnen verwenden und euch natürlich in der video beschreibung verlinken wenn ihr aber einen pinata lieber namen geben wollt auch mit wie die kanal verlinkung dann schnuffig ist auch in die kommentare und wir schauen mal was alles daraus wird würde mich jedenfalls freuen einer von den leuten das kann ich ja gerade mal sagen ist pony brony auch in der video beschreibung eingeführt der die ganze zeit diese technische musik im hintergrund zur verfügung stellt ich bedanke mich noch mal herzlich dafür ist auf jeden fall eine coole tacksau ich habe einen erfolg bekommen ausdauer auch sehr schön wasserfall ich noch gar nicht gesehen ich habe nie den wasserfall gesehen aber das finde ich irgendwie cool vielleicht noch ein bisschen nach hinten gekommen aber macht jedenfalls einen eindruck jetzt haben wir natürlich die zwei chipmunks hier ich weiß der ist ein anders so passet mal auf hier dass wir zu viele haben ist super wir sind doch nun nicht so weit draußen wenn rauscht das geht ja nicht klar hier hier haben wir schon richtig viel platz haben wir hier euer galitän die scheiß werbung geht mir immer so auf den piss alter hier spricht wieder euer galitän das ist jetzt nicht gerade die beste stimme die ich nachmachen kann ich kann auch so nachmachen ja wie harte indien die 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 Also Jürgen kann ich ihn trotzdem nicht. Genau. Taddy. 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 Und was krieg ich denn noch? Ich kann noch was anderes gar nicht. Ich kann noch Simmons pressen, ne? Das ist ja überhaupt nicht mal so schwer, so wenig zu sprechen, ne? Es ist total easy, wenn man einfach nur zum Pisschen mal am Lispen ist, ne? Das kannst du zur Röber bringen. Dann wollen wir den Chipmonkeys auch noch mal ein bisschen mit Behausung schenken. Ich könnte auch da hinten sein Platz frei geworden. Leider. Ich glaub dann mach ich das ja aber zu hier, pass auf. Teich füllen. Teich füllen. Teich füllen. Teich füllen. Teich füllen. Erst wenn ein Garten all diesen Ansprüchen entspricht, dann ist es der Small Fat Game Garten. Ähm. Aber wir haben ja jetzt hier eine riesengroße Wasserstelle. Hier ein kleiner Fluss entlanglaufen. Und dann hier halt. Größer werdend halt. Ziemlich groß werdend. Können ja noch ein bisschen schummeln, würde ich sagen. Ein bisschen größer machen. Ach, macht da gar nichts, ist der? Jetzt haben wir eine Linie. Das sieht ja auch scheiße aus. Ähm, ja, die Chipmonkeys. Die Chipmonkeys sind ja eigentlich jetzt mit unseren seltensten. Und ich würde eigentlich auch sagen. Aber wir müssen ihn noch behalten, weil ich nicht weiß, wie das jetzt mit dem Pferd aussieht. Da kann ich jetzt leider nichts zu sagen. Oh ja. Dieser Garten braucht ganz bestimmt eine Vogelscheuche. Da einfallsreich und so. Macht das dafür Sinn. Das sieht so ein bisschen komisch aus. Boah, das sieht so schmutzig aus, das Wasser. Das machen wir auch. Können wir nicht so lassen hier. Müssen wir das erstmal wieder wegbekommen. Weil ich kriege keinen Newt Guard rein. Ich, äh, bekomme kein Quackberry rein. Ich bekomme kein Leck mich am Arsch rein. Was soll ich noch alles machen, ey? Weil das Land kann ich nicht mehr vergrößern. Ich kann kein Sandgebiet oder sowas basteln. Wir müssten aber auch... Ich wüsste jetzt auch nicht, wie wir jetzt... Also wir müssten versuchen... Guck mal her. Was können wir eigentlich nochmal hier techteln, Mächte? Wir haben auch noch nichts... Äh, auch noch nichts getechteln, Mächte lassen hier. Wenn ich mich recht entsinne. Wir haben ja jetzt zwei neue Gedönseviecher hier, ne? So, trägt ein Fest. Okay. Wir wollen ein Fest tragen. Gucken wir mal, wo wir ein Fest herbekommen. Ähm... Oh, die hat den. Das ist super. Hier neue Sachen bekommen wir. Aber die wollen ja das hier haben. Hörst du endlich auf, das Zubehör anzustarren und rückst mit der Kohle raus? Ist da noch ein Häusch hier. Können wir mal ein bisschen gucken jetzt hier. Oh, verwegen. Duh. Ohren. Ach, du Scheiße. Es gibt schon bescheuerte Sachen hier. Oh, der Sheriff hier. Den könnten wir dem Hund verpassen. Super Händengürtel. Auch nice. Fälschte Siegerbande. Siegesband. Sieht man gar nicht. Aber jetzt. Ah, hier Haltband. Der Reporterkamera. Ich werde Kirre. Du kannst echt für diese scheiß Taube eine Digitalkamera bestellen. Ich werde Kirre. Der Passe nicht in Ordnung. Nee. Ich schreibe das, was ich siehe, was ich fühle. Was ich denke, ist für dich wie ein Geschenk. Und ich renne diese Stecke, man nicht braucht. Meine Pause, ein Biet und ein Blatt Papier. Das ist das, was ich brauche. Ja, man, das hier ist mein Leben und nicht irgendwelche Sätze. Und egal wie meine Stimmung nötig, ich schreibe Texte. Und wieder keine Bananen gegessen. Wo soll ich denn jetzt bitte schöne Bananen holen? Du bist ja witzig. Womit du wirklich siehst, ist einfach nur dein Herz. Und mein Herz steckt in jedem einzelnen Vertreten. Ich kann einen Bananenbaum. Womit du alles in der Welt soll ich das Bananen hier holen? Ja, du bist mir vielleicht witzig, du Affe. Dummer Bub. Wo ist denn der Hund? Der Hund wollte doch Dingens haben, wa? Der wollte doch ein Starre Halsband. Soll er von mir aus auch kriegen. Wo bist du denn? Bark, bark. Ein Halsband. Die Halsbande brauchen wir gleich. Keine Bananen. Keine Bananen. Hallo Kumpel. Ist da draußen irgendwas Spannendes los? Nee, ich glaube nicht. Du kannst nicht. Ich habe einen Knochen gegessen. Das sollte ja nicht schwer sein. Ich bin ein normaler Junge mehr. Oh, wir haben schon wieder 1.18 Uhr. Wir müssen das schon wieder aufnehmen hier. Hallo. Komm rein. Lass Geld da. Und dann? Nein. Ich frage mich, aus welchem Tier man Knochen produziert. Hast du gefunden? Komm mal gleich mal das zweite raus. Mal wieder noch rechnen. Ja, das wäre in meiner Detail direkt draufgestellt. Bark, bark bei Hausen. Okay. Dann brauchen wir jetzt nochmal ein Hundi. Ein Bark, bark. Wie ein kleines Kind ohne Licht. Schlaflose Nächte, hör Gebell in der Nacht. Wenn ich träumen könnte, träumte ich davon, dass du es hast. Immer noch kein Feierabend? Du gehörst mir zu den Arbeitswütigen. Los. Sei vergessen. Scheiße. Ich habe da vergessen jetzt. Was jetzt? Das sage ich dir. Ja, Bark, bark, wer ein Heizband haben. Und was jetzt? Und zwar so eins. Du, Max? Tschüss. So, jetzt bauen wir euch. Noch eine Behausung. Ich bin schlaflos wie ein kleines Kind ohne Licht. Heute habe ich Frühfeierabend gemacht. Gestern auch. Party haben sie angesammelt. Vor, gestern, eben. Ja, ja. 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 Ja, das sollte gehen. Seid schön brav zueinander. Ja. Ja. Ich würde den auch gerne verkaufen. Aber ich weiß nicht, ob wir das noch brauchen für das Pferd. Weißt? Weil wir haben ihn ja das Pferd angelockt durch ihn. Was wir noch weiterhin brauchen, weiß ich nicht. Boah, wir haben ordentlich Kohle verloren jetzt zur Zeit, ey. Wenn wir eine Aufweise ausgegeben haben. Wie immer schön tausend war, hat er zugeknallt. Schauen wir mal rein. Also knufflig ist er ja schon. Das muss man ja schon mal sagen. Knufflig ist er ja. So, Baumeister. Hau mal Rinder. Eine Minute muss ich warten. Na, tolle. Tolle Wurst. So, das ist jetzt ja wieder dunkel hier. Müssen Licht anmachen. Banale gefressen, ey. Ich werde kirre. Trägt einen Bogen. Ich habe 800 Quadratpinometer mit Gras. Ah, 300. Nicht 800. Bogen, grüß. Ach, die Scheiße. Ja, wie ich ein Nütgard reinkriegen soll, weiß ich auch nicht. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Oh! Oh!